Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe GTA V. Wir haben das Spiel ja durchgespielt, bis Part 97, zwar nicht 100%ig. Wir haben hier ja noch einige Sachen zu erledigen, aber jetzt ist das so. Es ist ja nicht so wichtig, was ich jetzt so mache. Ich werde alles machen, ich werde Stunts alle machen, ich werde telefonieren, ne Quatsch. Ich werde die Randale alle machen, Fremden und Freaks werde ich machen, also ich werde alles machen. Aber jetzt zieht sich das halt hin, manchmal werde ich einfach nur Chaos machen, dann werde ich vielleicht einfach mal nur online aufnehmen. So wie kommt es, es kommt. So was wir jetzt machen, habe ich keine Ahnung. Ich will alles kaufen, alle Immobilien, dass wir auch reich werden, ich will Aktien machen. Oh, das... Haben wir es getroffen? Was? Naja. Wir fahren mal hier... Oh, da will sich einer mit uns prügeln. Machen wir mal Fairkampf. Oh, hat er Angst, Sel? Ach, der ist weg. Der ist weg. Kann man nichts dran machen. Wenn er weg ist, ist er weg. Vielleicht mache ich auch, ähm... Dass man schöne Fotos machen. Selfies, zum Beispiel. Können wir ja kaufen hier. Ich werde hier die, ähm... die Flugschule besuchen. Ho, beinahe werden wir umgekippt hier. War ich hier oben schon mal? Hm. Ich weiß nicht. Mach auf. Wir werden den, 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 den Mörder da finden, den wir finden müssen. Aber den können wir auch zufällig finden. Und den dann dementsprechend, äh, zurückbringen. Das ist alles kein... Thema. Und was haben wir denn da unten? Ist das Start, oder was ist das Runde? Ah, ich dachte, es brennt. Come on. Komm jetzt hier raus. Komm hier hoch. Neein. Hauptsache, ein Pferd an die Wand. Oh, das war doch perfekt. Wie kommen wir denn hier rein? Nee, andere Seite vielleicht. Ja, Dart. Ja, spielen wir mal Dart. Truck Festival Monster Trucks. Schnell vor, die, äh, die Veranstaltung kennen. Wäre wirklich da. Das ist ja super. So, wo haben wir denn unser Dart-Brett? Na, ladies? So. Ach, das wird uns gerade noch erklärt. Ich glaube, ich habe, ähm, hier im Livestream, ähm, Livestream, ähm, Let's Play noch gar nicht, ähm, Darts gespielt. Oder Tennis, oder so. Das werden wir alles machen. Deswegen werde ich noch viele Parts hier machen. Jo. Gegen die Laurie gespielt hier. So. Ein Legs, ein Set, jo. Okay, Leute, stecken zusammen. Ich werde dir zeigen, wer die Queen ist. Weiter. Ah. War zu schön, um wahr zu sein. Ich bin der Sch***. So, 256 zu 206. Ich versuche die ganze Zeit ein Bullseil hinzukriegen, aber das ist megaschwer. Wie kann ich denn... Ach, stabilisieren geht auf. R2. Ähm. Ich habe jetzt einfach mal gedrückt, aber 187 haben wir jetzt. Ich glaube, wir verlieren die Runde. Weil ich nicht so ein guter Dartspieler bin. Ähm. Ja, warte mal. Dann machen wir hier mal die 20. Genau. Ja. Ja. Das war ja... Hätte ich mal nicht so gedenkt, dass man hier so... Oh, naja, 32. Aber Bullseil hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. So. Na, 33, ja. Lori gewinnt jetzt. Aber dann reisen wir mal weiter. Was? 8? Ähm. Nehmen wir mal 20. 20. Nehmen wir hier die... 10. Und dann haben wir noch... Das heißt, der Gegend ist 30. Ja, na, 3. Ah. Man, you got a one-track mind. Versuch ich Bullseye und ansonsten... Scha... Hm. Weiß ich nicht. Nein, überall, überall... Fuck. Wie machen wir das? 20... Machen wir 20. Machen wir hier mal die 14. Ah, Mist. Überworfen. Ah. Billard würde ich gerne spielen. Aber es geht hier, glaube ich, jetzt nicht. Es geht woanders, da. Ah, sehen wir dann. Ne, Arschloch. Klotznetz. Arschloch. Ist er besoffen, oder was? Was ist denn hier passiert? Ich hab die schon nicht umge... Komm ich nicht dahinter? Oh, hier. Oh, heul nicht. Ich hab keine Waffe bei mir. Entschuldigung. Ähm. Was ist los? Ja, Leichtathletik hat's hier studiert. So. Raus hier. Wer ist denn hier durch die Scheibe gefl... Was? Was ist hier passiert? Das war ich jetzt nicht. Oh, fuck. Ne, nicht da lang. Ich will mich nicht mit denen anlegen. Ich will mich nicht mit denen anlegen. Ja, ich sehe dich. Komm schon! Sonne. Ich will eigentlich keinen Ärger machen. Arschloch. Ich hab gar nicht mehr auf den geschossen, ey. Ich will... So, jetzt können wir fliehen. Jetzt haben wir ein Auto. Hauen ab. Die Frau wollte ich eigentlich auch nicht umbringen, die da gestanden hat. Naja. Oh, jetzt stehen hier viele Windräder. Und die sind alle für Los Santos. Anstatt ein Atomkraftwerk stellen sie hier. Ah, ich hab die hier noch nicht. Wo ist denn der Scheißhub? Alles okay, over. Scheiße. Tschüss. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Das kann nicht angehen. Schnell abhauen. Das ist ja die reinste Blamage hier. Abhauen. Scheiße. Oh Mann, ey. Ich hab keinen Bock zu sterben. Nein. Die Leute können einfach nicht verlieren. Ich hab normalerweise gewonnen. Irgendwie. Dann ist die Frau halt ausgerastet. Ja, und dann krieg ich Ärger. Mann, Mann, Mann. Immer dasselbe mit euch. Ganz Los Santos ist hier nicht mehr her. In der Zeit wird in der Stadt die Bank ausgeraubt. Ach Gott. Steig aus. Was war das denn jetzt? Oh, was ein blöder Johannes. No. Nein. Nein, das kann nicht angehen. Jetzt sind wir tot. Ja, ja. Ah, das war ja nix, ey. Hätten wir wenigstens die Kasse überfallen hier, dann hätten wir was davon gehabt. Oh, haben wir nix davon. Das ist gut, wenn wir jetzt keine Polizei gericht, gell? Ach, fuck, ey. Kann einer hin, mei. Oh, oh. Oh, oh. Wo redet denn der jetzt hin? Hä? Wo redet denn der Hund hin? Puh, keine Ahnung, wo der Hund jetzt hin ist. Scheiße. Das hätte mich jetzt erst mal interessiert. Wo der hingeht. Puck of piece of crap. Well, I'll be fucked. Nein. Auwa. Ach, schloch. Ich sag dann schon mal Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und ihr erfahrt, wie es weitergeht. Ja, ich sag dann...